Willkommen zu einem neuen Video, ein kleines Informations-Ankündigungs-Hast, denn ich sehe ein Video, was auch mal wieder sein musste, weil ich habe schon lange nicht mehr einfach so in einem Video gelabert über irgendwas. Ja, ja. Nein, ich komme direkt zur Sache. Im letzten Stream, der irgendwann diese Woche kam, ich weiß nicht mehr, wann ich den gemacht habe, entweder war es Montag oder Dienstag. Ich glaube, es war Montag, das war so ein Scheißtag. Ja, da haben wir so überlegt, ob wir vielleicht einfach mal wieder was Neues machen und sind zum Entschluss gekommen, dass das hier ja eigentlich ganz schön ist, aber ja doch irgendwie so, ja mittlerweile doch so ein bisschen die Luft raus ist. Ich meine, das letzte Play habe ich begonnen irgendwie 18.06.18 irgendwie, glaube ich, habe ich letztens gesehen, also vor etwas über einem Jahr, so ein Jahr und ein halbes fast schon. Und ja, da kann ich mir noch nicht so regelmäßig Folgen oder Streams von und irgendwie, weiß ich nicht, ist mir auch die Luft irgendwie so raus. Ich finde halt, ich habe halt die Baustile hier so ein bisschen irgendwie so falsch, finde ich. Also ich habe jetzt hier irgendwie nicht mehr so den Plan, was ich noch bauen soll und ja, irgendwie die Ideen, die wir haben. Das sind auch alles nicht so krasse Ideen, das ist halt alles so Sachen, ja, die passen auch hier dann nicht so ganz in diesen Stil. Ich habe halt jetzt hier wirklich schon fast so wie so einen Bauernhof gebaut und dann wieder sowas und jetzt wollte ich da oben ein Baumhaus bauen und dann hier meine fette Villa und da einen Flughafen. Das passt alles nicht so zusammen. Und wie gesagt, ich meine, alles, was jetzt hier auch neu ist, ist jetzt auch schon wieder alt. Alles, was jetzt wieder neu ist, ist hier noch gar nicht drin, weil dafür müsste ich tausende von Blöcken weit laufen, um diese ganzen neuen Sachen in den Chance zu haben. Äh, von daher kurze Rede, äh, genau, kurze Rede, langer Sinn, ne, ne, umgekehrt, langer Sinn, kurze Rede, ne, langer, egal, wir kennen das Sprichwort, was ich sagen wollte. Ich habe es ja gerade vergessen, wie kannst du blöd dazu? Lange Rede, kurzer Sinn, so rum. Ähm, was ist, was ist los mit mir? Ähm, nein, deswegen ist das hier jetzt einfach mal offiziell beendet. Minecraft Aqua ist, ist tot, ist Ende, kommt nicht mehr, ne, das ist letztes, letztes, was davon irgendwo auftaucht. Und, ähm, eine Sache töten, wäre ja langweilig, deswegen töte ich heute gleich zwei Sachen. Und zwar, so, und zwar die zweite Sache, die ich töten werde, ist das Sound of Minecraft. Die einen oder anderen kennen das vielleicht. Das war so ein Spaß-Format, was ich mir mal ausgedacht habe, als dieses ASMR-Gedönse irgendwie so ganz im Hype war, oder ob das immer noch ist, ich weiß es nicht. Ähm, das habe ich mir mal so ausgedacht, das war so einfach wirklich als Spaß gedacht, so, dass ich einfach hier mich hinsetze. Einfach eine halbe Stunde lang Minecraft-Livestreame, aber halt nichts sage, sondern einfach nur ganz leise Musik laufen lasse und halt, ja, Minecraft-Geräusche. Deswegen hieß es das Sound of Minecraft. Ich glaube, davon kamen acht oder neun Streams oder so, von jeweils mindestens einer halben Stunde. Also, so, ja, schon so ein paar Stunden Gameplay und da haben wir halt bisher hier so, äh, so ein paar Häuschen gebaut, ne, so, äh, ganz specialig. Auch, dass ich für mich vom Baustil her teilweise neue versuche, ähm, das ist nicht so schön geworden, der Rest eigentlich schon. Ähm, aber weil ich halt die Idee hier so cool fand, das haben wir alles noch im Stream, wo wir sind da so beschlossen, das kam uns auch als in den Sinn. Ähm, die Idee an sich ist eigentlich ganz geil, hier was zu bauen im Kreativmodus, so geile Häuser und Städte so, weil, das ist halt, habe ich auch nicht gemacht, also, das kam auch nicht bei mir. Von daher, ne, darf ich das noch machen, ne? Ähm, war halt die Idee, dass wir jetzt hier das Ganze halt, wie gesagt, äh, The Sound of Minecraft genauso wie Aqua einstampfen, aber mit der Welt, die wir jetzt hier schon haben, quasi ein neues Projekt anfangen. Ähm, das würde dann den vielsagenden Titel über ihn halten, Minecraft City. Ja, ich bin namensherstelle ich mal wieder richtig on fleek gerade. Das habe ich aber schon im Mund aufgesagt. Ähm, und da würden wir dann einfach tatsächlich, das wäre jetzt auch mal ganz was anderes Spannendes, da würde ich tatsächlich dann hingehen und sagen, ähm, das wird dann wieder wie ein klassisches Let's Play aufgebaut sein, aber, ähm, vielleicht kommt dann trotzdem ab und zu nochmal so in The Sound of Minecraft Stil, so ein Livestream, wo ich einfach baue und nichts sage, ne? Vielleicht aber auch mal, dass ich mich dann einfach hier hinstelle und irgendwas in einer Timelapse baue, was ich ja auch ganz cool finde und auch mal wieder öfter machen möchte. Ich habe es einmal gemacht und einmal in einem Tutorial verbaut, ne? Öfter machen, mehr kennst du nicht. Ähm, ja, genau, das wäre so der Plan gewesen. Ähm, ja, wünsche Anregung dazu in die Kommentare, also, äh, die Sache mit Aqua und Sound Minecraft ist eh schon eine geschehene Sache, das ist jetzt dicht, aber, ähm, die Sache mit The Sound, The City of Minecraft, Minecraft City, wie auch immer ich das nenne, ähm, könnt ihr gerne da ein bisschen mitentscheiden, genau, mitbestimmt mitentscheiden. Ähm, wir können es auch gerne so machen, dass ihr dann immer so Vorschläge einreichen dürft, was gebaut werden soll als nächstes und dann mache ich auf Instagram oder so eine Umfrage, so, was wird als nächstes gebaut? Und dann könnt ihr gucken, wie ich hier baue oder Timelapse oder einfach schweigend vor mich hin PC spiele. Genau, das ist so der Plan, den ich hier jetzt machen will, weil, wie gesagt, ich baue tatsächlich ziemlich gerne im Kreativmodus. Ähm, da kommt vielleicht demnächst auch mal eine neue kleine Miniserie, wo ich einfach mal Sachen angucke, die ich bisher so in meinem Leben gebaut habe. Das ist tatsächlich ziemlich spannend teilweise. Ähm, ich bin manchmal sehr kreativ, glaubt man gar nicht, ne, ich bin kreativ, gibt's gar nicht. Ähm, aber ne, wie gesagt, das ist dann so der Plan, wie das dann so ablaufen soll, wo es hinführt und, genau, das wär's auch von mir gewesen, von meinem wöchentlichen, ich geb mir mal meinen Senf zu irgendwas. Genau, vielleicht kommen da noch neue Videos, wo ich mir mal meinen Senf zu irgendwas gebe und, ja, mehr will ich euch gar nicht sagen. Ähm, seid gespannt, wann die ersten Folgen kommen, wann sie losgehen, keine Ahnung. Äh, ein neues Modpack soll demnächst ja auch noch kommen. Ähm, wie lange gucken sie im Latton noch weiterläuft, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht dann noch so zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, I don't know, aber auch nicht Ewigkeiten. Ähm, vielleicht haben wir noch ein neues Spiel, mal ganz was Neues, so, eher so horrormäßig auf Lager, werden wir auch sehen und, ja, genau. Er sagt schon vor zwei Minuten, das wär's gewesen, aber jetzt meine ich's wirklich, also, ne, stay tuned und, äh, passt auf die Auberbox auf und drückt auf die Glocke. Weiß ich nicht, sagen immer alle, jetzt sag ich's auch. Hehe, lasst Like da und drückt auf die Glocke. Yay, ich bin im Mainstream angekommen. Naja, ne, wisst ihr Bescheid, haut rein und ciao. Outro